Subta Padmasana ist der liegende Lotus. Eine schöne Stellung auch zur Entspannung. Wenn du einen guten Lotus hast, dann kann es sein, dass du aus dem Lotus heraus dich gut hinlegst und es gibt Menschen, die in Subta Padmasana auch die Tiefenentspannung machen. Du kannst aber auch noch die Arme nach hinten geben. Subta Padmasana ist auch eine schöne Variation, um dich zum Himmel hin zu öffnen. Übrigens Subta Padmasana eignet sich auch vorzüglich als Totenstellung im Schwimmbad. Da würde ich dir noch empfehlen, gefalte die Hände hinter dem Hinterkopf und dann kannst du so schwimmen und treiben und dich schön entspannen. Wenn du dabei Bauch und Brustkorb mit Luft füllst, also Bauch hebst und dann nur wenig Luft einen ausatmest, in die Plavini Atmung kommst, dann eignet sich das auch, wenn du wenig Bauch und sonstigen Speck hast, um in einem Schwimmbad zu entspannen. Plavini heißt ja auch los und letztlich Subta Padmasana ist die Stellung, die du einnimmst, um Plavini in einem Schwimmbad oder auf einem See, einem Teich zu üben und dich dabei zu verbinden mit der Himmelskraft. Mehr Infos über diese Übung findest du in dem Stichwort Plavini auf yoga-vidya.de